Hi! Willkommen bei Green Chill Barbecue & Lifestyle. Heute nächste Roadtrip. Wir fahren nach Zürich zum Büffelbildstore und schauen da mal rein. Wir sehen uns das Ganze an und lassen uns überraschen, was es dort so tolles gibt. Wie die meisten von euch wissen, liefert Büffelbild in der Schweiz und in Deutschland das sensationelle Fleisch. Und da sind wir alle froh, dass auch die Schweizer mal berücksichtigt werden. Und ja, bleibt dran. Es gibt heute noch ein kleines Gewinnspiel, auch mal auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns später. See ya! So, Freunde! In Zürich angekommen! Jetzt geht's zum Büffelbild. store in zürich der neue und dann schauen wir uns mal um dort was alles so gibt ein paar impressionen und schaut auch mal auf der seite vorbei www.buffelbill.com und Ja, das ist schon da, das ist schon da, das ist schon da. Das ist schon da, das ist schon da. Das ist schon da. Das ist schon da, das ist schon da. Das ist schon da, das ist schon da. 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 So reiche auch noch. Aber ich muss noch einen reinmachen, also wenig, immer noch einen. Das war's vom Wiffelbild Store in Zürich, ein paar Impressionen mitgenommen. Super gegessen, sensationelle Köche dort, Metzger war vor Ort, eine coole Showküche, man kann das auch für gewisse Evente nehmen dort, kann dort vorbeigehen und das ordern, auch mit Wiffelfleisch natürlich und ja, jetzt geht's nach Hause wieder und dann zeige ich euch noch, was es zu gewinnen gibt. Bis gleich! So Freunde, zurück vom Wiffelbild. Jetzt geht's um die Preise, der Wettbewerb, sind hier Gewürze von Spice World dabei, drei Stück, wir haben hier was für Beef, Beef Brisket, dann haben wir Pulled Pork für Schwein und ein Steak Nummer 66, mein Favorit, super geil. Ich finde das super, dass mich Willi unterstützt hat, die 5000 Abonnenten habe ich geknackt und darum wird gefeiert, Weihnachten ist, passt alles perfekt zusammen. Dann natürlich ein Grillrostputzer oder Schaber in verschiedenen Größen, könnt ihr einstellen und dann schön abschaben und habt ihr wieder einen sauberen Grill. Danke hierfür an Grillshop.at, vielen Dank nach Österreich, dann als nächstes einen 50 Euro oder 50 Franken Gutschein von Büffelbild. Auch hier wieder vielen, vielen Dank, dass ihr mich immer wieder unterstützt habt, freut mich sehr und zum guten Schluss gibt es noch die Spice World Bibel, sogenannte Gewürzbibel. Hier könnt ihr alles nachschauen, was rund um Gewürze und das Thema Gewürze, was es alles gibt, in verschiedenen Gebindegrößen, ob es Allergiken drin hat und was alles verwendet wurde, die Zusammenstellungen, könnt ihr da alles reinschauen und euch mal überraschen lassen, was es alles gibt. Die ganzen Preise gibt es dreimal abzustauben, dieses Set und ihr müsst nicht viel dafür tun, einen Daumen hoch, ein Abonnent sein von mir, das ist mir sehr wichtig, dass auch meine Abonnenten, die mich immer unterstützt haben und mir fleißig Kommentare schreiben oder einen Daumen hoch geben, dass die das bekommen. Und folgt mir auf Instagram, ich werde euch alles unten in die Infobox schreiben und würde mich freuen, wie ihr zahlreich daran teilnehmt. Meine Mädels werden das auslosen und ja, danke für alles, 5000 Abonnenten geknackt und was will man mehr, es macht mir immer noch viel Spaß mit euch, ihr seid eine super Community und ja, see you! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.